So liebe Freizeitparkfreaks, wir sind am Freitag, das zweite Wochenende zum Halloween Horror Festival 2018. Genau, ich möchte nochmal ein riesengroßes Dank aussprechen an den Herrn Backhaus und an die ganze Geschäftsführung hier vom Moviepark. Das habe ich ja im letzten Video schon im schnellen Vorbeifliegen gemacht. Und ich muss sagen, echt das, was ihr hier gerockt habt, ist der Knaller schlechthin. Die Maze Wrong Turn ist genial, kommt alle hier hin. Also das habt ihr super gut umgesetzt und da auch vielen Dank an die Mitarbeiter. Dickes, dickes Lob und ich bin natürlich gerade vor dem Haupteingang am Freitag. Hier ist natürlich jetzt nicht so viel los wie natürlich morgen und übermorgen. Wir sind für euch am Sonntag nochmal vor Ort und berichten dann nochmal von der richtig krassen Atmosphäre. Aber ich denke mal, viele haben ja auch die Option des Abendtickets. Ich glaube, das hatte der Moviepark ja auch wieder online gesetzt, genutzt. Also wie gesagt, kommt auf jeden Fall alle hier hin, genutzt das auf jeden Fall auch die Online-Vorteile oder die Gruppentarife. Die Preise sind alle in dem Kalender online auf www.moviepark.de ersichtlich. Und ja, wir gehen jetzt mal rein und wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube.